halloa ja mein Kükener mit rechts, heute mit dem Kanal und zu einem kleinen FNAF-Engame heute haben wir uns die Demo von Five Nights at Freddy's Plushies 6, The Abundant Sowers erstmal wieder von Lichu101 Games und ich habe schon so viele Spiele von Plushies gespielt Wollen wir mal gucken, ne? New Game, Demo. Ich bin mal gespannt. You're my Colleton. 20 Jahre alt. Ihr könntet das gerne selber durchlesen, das ist mir einfach zu klein, ich verstehe eh nix. Ja, was? Und jetzt nur? Herr von Kirsten, do you still work on this company? Er macht es glaube ich von allein. Ich weiß nicht. Ich kann im Moment mal nichts tun, ne? Ah, nicht mal einfach was. Viel zu viel, verstehst? Ne, ich kann's leider nicht wegklicken, Leute. Ehm, Moment. Oh, too much input, my friend. Too much input for a video. Er ist halt ne Demo, ne? Aber du weißt, wenn es noch... Das Spiel startet ja immer Fenster. Also ist dann zu klein. Und das könnte ich sowieso nicht lesen, ne? Oh, come on. Jetzt nehmen wir schon ne Minute und 40 Sekunden auf. Yo. Yo. So, it's first of when you arrived at the first floor. You went to be... I don't know, a room with a desk on a... And you seen us? Ja. Ah, wir werden's rausfinden, was wir machen müssen. Ah, das ist ja ganz wunderbar, ne? Yo. The game begin. No, shift to one. Ja, Leute. Zwei Minuten. Der Schatz ist doch kein Mensch. Oh, no, no. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Two minutes for the... For the conversation. No, it's too long. Oder warum müsst ihr wegklicken können? What? Reminder, go to the activity detector on the right side... Of your... Don't forget to read. What? Ah, das ist begonnen. Leute, das erkennt... Wie klein ist denn das? Das erkennt... Das erkennt... Oh, nee. Hey, die ist so ganz minimal. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. What the hell? Was'n das? Ich kann's wieder mal lesen. Was? Was passiert hier? Sonst kann ich ja nichts tun. What the fool? Also, die anderen Spiele... Was? Was... Weakness mainline of... Defense... Flashlight? Freddy's active. What the hell? Ja, und wie hab ich ne Flashlight? Weiß das einer von euch? Hier muss es aber auch nur eine Musikbox geben, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Flashlight. What the shit happened? Nee. Das ist zu gut. Da oben steht es. What the hell? Ich sehe es nicht. Turn on your Flashlight. Du bist tot. Ja, ich weiß es. Ja, du bist tot. Hallo? Muss ich mir das jedes Mal anschauen? Oh no. Night Selection. What? Leute, ich habe... Ich versuche es jetzt nochmal. Oh no. Stop. Skip. Oh what? Oh no. Will wir das alles nochmal machen? Da startet gar kein Continue. What the fool? Oh no. Leute, haben wir so verrückt? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann wirklich nichts tun. Ich mache Enter. Ich mache Space. Ich mache S für Skip. Ich mache M. Ich mache alles. Verstehst du? Aber es geht einfach nicht weg. Leute, ihr könnt es ja gerne vorspulen. Und am Anfang heißt es, no copy of my right music. On or off kann man machen. Also, verstehe ich. Keine kopiergeschützte Musik. Habe ich angemacht. Ich will keine kopiergeschützte Musik. Ich weiß es nicht. Aber die eine Melodie, die kann man dann schon ziemlich kopiergeschützt vor. Ich weiß es ja nicht. Jesus. Oh. Sorry. I can't... I can make something. Ich habe Plushies eigentlich immer geliebt. Aber das... Nein, shift one. Oh, big thanks, my friend. Last try. Ich mache jetzt nur einen Versuch. Also, es macht Spaß, ne? Jedes Mal dieses Intro zu sehen. Was? Scheiße, oder was? Da habe ich jetzt vier Minuten für den Arsch, weißt du? Er kommt dann von links, ne? Er kommt dann von hier. Er kommt hier. Und hier kann man sehen, wer an ist. Keiner kommt. Und dass da oben das Ding steht. Wer soll denn das sehen? Wenn man hier konzentriert ist, was muss man tun, ne? Also, ich nicht. Ich bin blöd. Ich habe da keinen so Überblick, verstehst du? Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Oh, Jesus. Mein Gott. Meine Fresse. Aber immerhin gehen die Nächte wenigstens schnell rum. Und es geht halt alles wieder so lang, so schnell weischt, dieses, ah, äh, bis ich jetzt mal, man muss ja ganz sensibel sein, sonst bewegt es sich wieder, bing, 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 weischt so, bing, 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 bing. Ah, Jesus Christ. Gucken, es ist immer noch keiner aktiv mehr. No one is active, you are dead. Ach du mich aber auch, ja, aber ganz Fünferle, ja. No? Yes. Tufredi is active. Ah. Is it he, äh, ich hör das. Ich denk mal, oder? Oh. Ne, das ist so klein. Kommt er jetzt? Jetzt bist du ja eigentlich gleich gekommen, ne? Ja. Ich hab schon abgekommen. Er hat nicht mehr 11. Äh. What the fool? Also wie gesagt, too much input am Anfang hier mit dem ganzen Gelaber und gezeigt, wenn man es da nicht wegklicken kann oder skippen kann. Dann ist es halt overfull. Ja, da liebste vier Minuten, über vier Minuten für den Arsch auf, ne? Jetzt ist wieder einer active. Was? Bonnie? Jetzt kommt Bonnie. Ja, ja, wahrscheinlich, oder? Aber ich glaub, jetzt sind zwei active, oder? Nice. Und dann kann man hier nicht weitermachen, weißt? Man muss sich das, ja, die ganze Zeit anhören. Ja, Freunde. Das war auf jeden Fall mal die Demo von Five Nights at Freddy's Plushies 6, The Abundant Source. Das war's. Ich bin eigentlich bei euch für Susanne. Wird mich freuen, wenn ihr euch einschalten würdet auf einen großen Kanal. Bitte bewerdet euch dieses Video. Schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfe drücken. Press den Button for subscribe my channel. Ansonsten genießt ihr das Leben. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander. Verhaut euch nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschö mir nö. Unfigur dich an uns. Euer lustiger Redner. Thank you and goodbye. Good night.